Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin wieder Avenger und ja, heute habe ich was ganz besonderes mit euch vor und zwar, ihr habt ja meine Videos gesehen, zwecks der Rundfunklizenz und der ZAK, die uns, also die YouTube praktisch, äh, kontrollieren wollen, sag ich jetzt mal und der Vorsitzende von denen, wer hätte es gedacht, war mal ein Typ bei RTL, welcher das jetzt genau war, müsste bei LeFloid nachgucken, der hat das nämlich rausgefunden, dass der Typ mal bei RTL gearbeitet hat, bei einer ganz hohen Person, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ähm, wenn ihr genau wissen wollt, worum es geht, dann bleibt ein bisschen dran und wir sehen uns gleich. Alter! Tja, wie schon gesagt, die ZAK möchte uns kontrollieren, also ich habe da was ganz Spezielles vor. Aber vorher möchte ich, äh, euch nochmal darauf hinweisen, die Halbzeit ist jetzt endlich erreicht von meiner Verlosung. Ähm, nächsten Sonntag werde ich den Gewinner verkündigen. Der kriegt dann ein T-Shirt und eine Paysafe-Karte oder eine iTunes-Store-Karte oder eine Google-Play-Store-Karte oder eine Playstation-Karte. Schreibt mir einfach, was ihr wollt und ihr kriegt das im Wert von 20 Euro oder 25, je nachdem, wo es halt nicht geht. Äh, wo, wo es geht, wo es funktioniert, wie auch immer. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, kann ich das Video nochmal hier oben verlinken. Und, äh, die, die mitmachen wollen, müssen einfach ihren Freunden Bescheid sagen. Teilt das Video und sagt, schau bei dem vorbei, die müssen mich nicht abonnieren. Egal, wenn sie es natürlich tun, wird mich riesig drüber freuen. Aber, die müssen einfach nur in die Kommentare unten reinschreiben, Hashtag und deinen Kanalnamen. Du musst natürlich ein Abonnent von mir sein, ist ja klar. Und dann läuft die Sache. Ich hab auch noch was hinzuzufügen, der Honeywolle hat für mich, für mich persönlich, eine Pullover-Kollektion rausgebracht, wo ihr meine Pullis finden könnt. Unten in der Videobeschreibung ist der Shop verlinkt für euch. Ich find's mega nice von ihm. Er hat gesagt, er macht das und es war einfach da. Ja, also ich hab ihn nicht dazu gedrungen oder so. Also, er hat das völlig von sich aus gemacht, find ich völlig korrekt. Und, wie schon gesagt, geile Aktion auf jeden Fall. Wenn ihr einen Pulli wollt, schaut vorbei. So, so viel jetzt zur Eigenwärmung, muss ich jetzt mal behaupten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie schon gesagt, die ZAK möchte YouTube kontrollieren. Ich möchte jetzt mit meiner kompletten Community einen Aufruf starten, praktisch, um die Leute mal ein bisschen zu informieren, was da eigentlich abgeht. Beziehungsweise, ich möchte ein paar Vergleiche ziehen und möchte natürlich euch, meine Community, mit einbinden. Ich hab mir das so gedacht. Ihr macht einfach ein Video darüber auf eurem Kanal, egal wie, ob das jetzt ein Gameplay ist und ihr erzählt da was darüber oder sonstige Geschichten. Einfach nur, ähm, mal darüber sprechen, was ihr an YouTube wirklich liebt, was euch bei YouTube verkörpert und was ihr feiert. Und warum YouTube für euch das Nonplusultra ist. Was es dazu macht, dass ihr es schaut, dass ihr da mitmacht. Und, wie schon gesagt, dass ihr halt Videos produziert, wenn wir jetzt mal auf den Punkt kommen wollen. So, ganz wichtig ist dann natürlich, am Ende des Videos sagt ihr dann, du bist YouTube. Weil, es ist wirklich so. Du bist YouTube und du bist YouTube und du bist YouTube und da ist ein YouTuber. Und ich bin natürlich auch YouTube, weil wir sind alle YouTube, sag ich jetzt mal ganz speziell. Ähm, jeder weiß, was er an YouTube hat, was er da dran feiert, wie er es macht und diese ganze Inspiration, die Kreativität der Leute und, und, und. Wir animieren zum Freizeitsport, um mal wieder rauszugehen. Ihr habt mir geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Finde ich mega sensationell. Heute noch. Ja, wie schon gesagt, da gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Wie schon gesagt, macht ein Video drüber, was ihr richtig feiert an YouTube. Ich hole mir das dann von euch und schneide es halt ein bisschen zusammen. Schreibt halt in den Titel irgendwie, ähm, Anti-ZAK oder so. Irgendwas reinschreiben, dass ich weiß, okay, der hat mitgemacht. Oder schreibt es einfach in die Comments und sagt, ich mach mit, ich mach ein Video. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie lange es dauert. Ich denke mal, das werde ich am nächsten Sonntag machen, wo ich dann auch die Verlosung auflöse, würde ich jetzt mal behaupten. Und da kommt ein richtig geiles Probe-Video raus, also ich habe da richtig geil was vor mit euch. Und ich hoffe, dass es, äh, funktioniert. Also wie schon gesagt, Video machen, was euch gefällt. Du bist YouTube am Ende und unten in die Comments reinschreiben. Tja, das war dann auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der schönste Sonntag in der Woche geht mal wieder vorbei. Ja, wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall beim Honeywolle vorbei. Bei honeyteam.net im Store, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und mein letztes Video habt ihr hier nochmal verlinkt. Und da ist dann meine Fratze und andere diverse Channel, wie schon gesagt, mein Let's Play Channel, könnt ihr auch mal reinschauen. Ich werde auch jetzt unten nochmal meinen Twitch-Account für euch praktisch verlinken, dass ihr auch informiert werdet. Wenn ich auf Twitch mal streame, habe ich ja auch mal vor und so. Bis natürlich die Lizenz kommt und wir dann praktisch alle gefickt sind. Aber hey, vielleicht können wir ja mit unserem Video irgendwas verändern und ja, wäre auf jeden Fall geil. Wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fandet, dann wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ja, see you next time. Haut rein, bis dahin. Servus, alter Schwede. Servus, alter Schwede.